ich habe gerade nur ein pfeil beim captain ins boot gehauen das ist mal durch hier blöder vogel ich hänge fest in den vögeln wir werden angegriffen volle fahrt voraus wo kam der denn jetzt her ich sehe den nicht habe ihn ich habe nichts gehört oder gesehen der kam diesmal direkt von unten sehr gut ich habe mich so was von erschrocken leute das könnte vielleicht daran liegen dass das metall boot ist ich schaue mal just for fun nach ja vier nummer eins habe ich mit dir abgebaut nummer zwei hat das teufelchen abgebaut nummer drei und vier haben wir jetzt liegen lassen juhu ich sehe wieder mehr mehr ha 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 so diese enten nerven da ist er er kann holz und stein zerstören kein metall können wir ja alles klar ich gucke lieber nach hinten wir wissen jetzt das boot hier kann er nicht zerstören warte mal bevor ich darauf feuer da hinten sind schweine 240 150 30 ok na dann oder kommt was auf uns zu ja alles kommt sehr schön ok manche aus wenn ich nicht haben wir noch was an land ja das sind doch jetzt egal ich stehe wieder hinten oder ein schwein mit dem passenden level ich habe zwar nichts mit in punkto narkose weil das ist in der rio aber ja mir ist heiß achso wir sind schon aus dem schneebiom raus ausguck meldet wechsel kleidung ja dann warte ich noch kurz ausguck meldet wechselung wechsel der kleidung erfolgt ja fertig was ist mit ihnen captain sehr gut immer wenn ich den schießen höre frag ich mich worauf der schießt muss einfach nur auf die todesnachricht warten achtung rechte seite wir werden angegriffen böser dino böser dino feuer frei oh ups ich bin auf die andere seite gelaufen weil ich vergessen habe ich fahre ja gegen die fahrt ist das hier kano island ja kano island lass uns mal ein ründchen drehen das geht auf das leben level 89 moment moment sachte 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 captain techrex wo eigentümer mensch mensch level 64 er lebt noch was 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 ja ja der scheint zu leben stoppen sie wir haben dort ein lila drop geht den jemand holen ich gebe feuerschutz laufe vertreibere bereich soweit sauber nicht 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 bewegen der chip alpha raptor im blick war jetzt nichts besonderes wenn ich das richtig gesehen habe aber gibt es hier so tinten fisch mäßige viecher also so oktopusse nein echt ja habt gerade ein gesicht einige unterm schiff gesehen okay ich komme an den rast und ich war gerade unter unserem das gucke ich mir an oder ich habe schnick im blick nein das ist ein mancher irgendwas greift an habt ihr mich im blick ja gut du solltest vielleicht auch vorher was sagen auch warum feuer frei alpha raptor ja ich habe die falsche waffe ui schicker bogen ein paar pfeile ohne sense brauchen wir alpha raptor clown gut wird eingepackt wieso lässt du jetzt den kenny den frank zurück alles gut ok ok da der skorpion den lasse ich dem frank die zwei im wasser sind tot raptor daun wie viel taucher equipment haben sie an bord wir haben hier vorne eine höhle wir können ja mal kurz so rein gucken wie weit wir so kommen ohne alles ohne zu sterben hei 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 bei mir stampft was ah kanu und irgendein katzentier selber zu männlicher vorne der greift das boot an jetzt nicht mehr ja habe ihn gekriegt sehr gut weitermachen da vorne an der insel ist noch kanus glaube ich ja kanus agis skorpione da wird jetzt gleich lustig da macht irgendeine ach so was nicht richtig ja ist alles gut ich dachte sie ist sobald wir was sehen ja ich habe nur nicht damit gerechnet das war alles 170 erfahrungspunkte habe ich bei mir alles klar ich warte hier zu dir keinen zwang an captain sabertooth totes tier fische dürfen leben ja hier gibt erfahrungspunkte drin ich gucke gerade wo sie ist hier ist die explorer not ich hatte sie auch noch nicht eingesammelt ich gehe mal eben in die höhle gucken hallöchen schön dass du da bist so ein pizza brötchen sind unterwegs deswegen mal eben zeit bei dir vorbeizuschauen ist das art jahre des arts heute ich befinde mich in der höhle scheinwerfer an von der taschenlampe ich höre keinerlei spinnen und oder sonstiges bin im nächsten ladebereich ok ja ich auch so und hier müssen wir tauchen aber das sieht recht flach aus ich gehe das risiko jetzt nicht ein zum einen ich bin alleine und zum anderen ich habe keine taucher ausrüstung mit und da bin ich wieder wo ist er dann das sieht so anders aus weil ich heute hier gerade zu fuß unterwegs bin ohne vogel ohne alles aber ja ich kann nicht ganz klar beruhigen es ist arg wie wir alle den gedanken gerade hatten ja ist frank wieder drauf nö ich gehe gerade noch ein stück weiter hier ok hier alter was ist das denn für ein vieh ach so hier hier ist eine richtige ag leichen haufen ja alles gut rex lass mich in ruhe danke oder ist tag tag ist eventuell unser erst durch fernglas draufschauen ja der lebt wirklich noch das sieht geil aus oder auf einmal ist der captain losgelaufen ja das ist der wirklich sieht ja geil aus ich habe die noch nie gesehen ja klar 500 schaden macht ja und war gestern beim friseur ja das hat es ja schon gesagt das hatte ich gelesen zwar etwas später aber ich habe es gelesen ich gehe mal auf den berg hier es regnet ja schon getrunken um die flasche wieder aufzufüllen der tag sieht so geil aus wo seid ihr ich sehe euch nicht mehr ich bin auf dem boot nur krass ich bin an der küste in etwa da wo ich ausgestiegen bin die können den bauer nicht zurücklassen landwirt bauer ist bauer und weg fährt der captain oh verdammt oh verdammt thunfisch 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 wo oh der ist unter uns ich sehe ihn nicht mehr der ist unter uns er ist weg ich attackiere ihn wo ist er hier bei mir wenn ihr da die zahl schießt ja mit der armbrust auf ihn ich sehe nichts er ist unter wasser er ist unter wasser ich komme nicht ah jetzt jawohl ich habe den getroffen ohne ihn zu sehen sauber cool ich habe mit der armbrust geschossen das ist ja die eine der wenigen waffen die unter wasser funktionieren ich wollte einen fisch erschießen ach schade die ganzen fischfilets sind weg bei mir ja was sagt der schrank jenken ja auch schade ich tu da mal die raptor kralle rein ich gehe mal hinten an den basilisken weil ich habe nie mit dem basilisken geschossen ok jo die firma dann hallo dirk äh hi dirk ne wollte nicht guck mal da ist ein broncho ja während der fahrt will ich da nicht drauf schießen mit dem was er kommt oh mein gott er ist gefährlich boah da hat er weggedreht der hätte so schön gepasst hey das ist unfair seh ich den gar nicht mehr alter wah ich flieg gleich ja ich will ich habe nur noch fünf schoß für die ballist da kommt auch mal noch einen raus am land wieder er dreht grad weg ja ja da ist er down äh da 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 danke für das level aber ich hoffe ihr beide also laui und dirk äh ihr hattet auch ein schönes osterfest und eine fröhliche ostersuche heiersuchen ja 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 aber ich weiß jetzt was du meinst mit dem hellen himmel ich habe auch keinen blend effekt mehr an aber trotzdem wenn man auf der beliske sitzt dann hat man ein doofen winkel ja ja irgendwas hat mir auf den kopf geschissen kann gar nicht sein dann flug an mir vorbei ich frage mich was passiert wenn ich gegen die windschutzscheibe schieße ob dann der pfeil also von der balliste der pfeil wieder zurückkommt drei schuss habe ich noch verdammt ich wollte das tier töten was wo denkt dran der frank sitzt hinten drauf ja 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 da ist irgendwas im wasser ja war das hinterher schwimmen da ist was was großes wo schwarz da hinterm stein ach so ja das ist nur ein oligarch ich komme nicht dran ich aus dem winkel auch nicht brauche ich erst gar nicht versuchen ein slum vorsicht stein hinten ach ne oh in dem moment redda wir werden verfolgt von einem kapo sachos einem was einem kleinen krokus den hat er mir nicht gekönnt die hat er mir nicht gegönnt eiskalt so nah dran vorbeigefahren nicht fahren ich steige ab okay ich steige nicht ab bin abgestiegen juhu eine seefahrt die ist lustig mein kleiner begleiter da hinter uns her fliegt das sieht so krass aus ja vor allem so heiß mit schlagen mit seinen flügelchen da mit seinen kleinen schlagen ach man vor allem der lustige ist wenn ich jetzt weiter gehe dann ach so dann ja wollte ich gerade sagen verkürzt er auch die distanz was du hast neben diesen vogel da geschossen jetzt nicht mehr ich brauche zielwasser ja es war lustig ich hätte gern nochmal so ein zwei thunfische nein bitte nicht wieso nicht hallo so stark ist wie wir sind da geht das da nur ja ich habe aber nur noch 56 munition wow mir fehlt nur noch der kartenrand komplett beziehungsweise linke seite habe ich komplett oben rechts und unten fehlt mir der komplette kartenrand komm mir nicht auf den sack jetzt komme ich nicht mehr dran ja ich würde gerne 100% machen was ist das für eine melodie keine ahnung ich höre keine jetzt würden wir verfolgt werden okay ja dann vielleicht von der schildkröte hast ja gerade die schildkröte angeschossen gesundheit what was tun fisch tot sehr gut hat er den etwa echt herbeigerufen der nächste bitte also ich wäre dafür dass wir mal wirklich richtig schön am kartenrand außen rum fahren äh ups was denn ich glaube ich habe den broncho erwischt ich glaube ich habe den broncho erwischt wow gruseltür 195er wer braucht hilfe los deckung geben oh alles töten was hier in der nähe ist da oben auf dem ding aber da komme ich nicht dran was oben auf dem ding nein der uti da oben gehört zu uns auch ok das war das ach so der baut ab ja moment 450er wo da hinten oh ja was war das nochmal den dem musste hinterher schwimmen und füttern ja gegrillt auch noch ja da wäre jetzt gut wenn man den von gerade abbauen würden grönen eben weil dann haben wir prime fleisch ne ja wir müssen aber vorher die materialien dafür suchen hä wofür fürs lagerfeuer bauen ja könnte ja hier ist ja land ich geh den fisch gerade abbauen äh soll ich eben machen captain oder wieso ja einzige problem könnte halt sein dass ich schnell sterbe ja ja und die jüdische hier drauf sind sind verbündet ich suche gerade den dings den wir gerade gekillt haben der war doch hier an der falle ne ja ja aber tief im wasser so weit war der auch nicht drin oder nicht jetzt müsste ich genug haben da ich habe ihn gesehen jetzt erstmal wieder zurückschwimmen juhu nur nochmal eben auf nummer sicher gehen dass er wirklich tot ist ja ist er ok oben am besten richtung bank moment moment so point lang als